In diesen Zeiten, namentlich in Zeiten hoher Inflation, ist es umso wichtiger, zumindest die Kaufkraft seines hart erarbeiteten Geldes zu erhalten, allen voran mit Edelmetallen. Nicht selten sind jedoch inzwischen Einkommen und Auskommen deckungsgleich geworden, sodass nicht jeder genügend Geld übrig hat, um es sofort in Gold zu tauschen. Aber es gibt eine besondere Strategie, die ich in diesem kurzen Videobeitrag vorstellen und mit euch teilen möchte. Dabei handelt es sich um eine persönliche Meinung und nicht um einen Aufruf zur Nachahmung. Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Zunächst einmal möchte ich ausführen, dass im mittelalterlichen Zeitraum von 1100 bis 1500 in etwa 11 bis 12 Unzen Silber für eine Unze Gold aufgewendet werden mussten. In der Neuzeit von 1493 bis zunächst 1870 lag das durchschnittliche Verhältnis weltweit dann bei ungefähr 15 zu 1 und nachdem sich ab 1870 der Goldstandard weltweit durchsetzte, zog das durchschnittliche Verhältnis auf etwa 26 zu 1 an. Im Übrigen habe ich das historische Gold-Silber-Ratio in meinem Buch Jahrhundert-Chance-Silber genau untersucht und auch mit umfangreichen Quellen belegt. Das würde hier und heute den Rahmen des Videos sprengen. In jedem Fall lässt sich mit Blick in die Vergangenheit konstatieren, dass heute ein faires Verhältnis bei etwa 60 Unzen Silber für eine Unze Gold liegt. Und aktuell liegen wir bei etwa 88 zu 1, unter Berücksichtigung der Handelsaufschläge in Deutschland bei etwa 68 zu 1. Unter dem Strich ist physisches Silber also immer noch relativ kostengünstig. Aber kommen wir nun zu besagter Strategie für den kleinen Geldbeutel. Es bietet sich meines Erachtens bei einer relativen Unterbewertung wie gegeben von Silber an, zunächst auf dieses Edelmetall zu setzen, um es bei einem sinkenden Gold-Silber-Ratio sukzessive in Gold umzuschichten. Auf historischer Grundlage könnte man das bei einem relativ kostenintensiven Preisverhältnis zwischen 20 und 40 umsetzen. Nun ist dieser in der Theorie einfache Prozess bei einem Edelmetallhändler relativ aufwendig bis vielleicht sogar unmöglich, sodass es durchaus empfehlenswert ist, sich auch mit dem Sekundärmarkt zu beschäftigen, respektive mit dem privaten Kauf und Verkauf. Alles wichtige Überfälschungen bei Gold und Silber habe ich auch aufgearbeitet und in meinem Buch das Abenteuer Edelmetalle zusammengefasst, sodass man hier als Anleger grundsätzlich auf der sicheren Seite ist. Zum Schluss dieses Videos möchte ich noch auf die grundlegende Frage eingehen, wie groß der Anteil von Gold und Silber im persönlichen Vermögensportfolio in etwa sein sollte. Eine oft gestellte Frage. Und hier bietet sich das sogenannte Pareto-Prinzip an, benannt nach dem italienischen Ökonomen Wilfredo Pareto. So werden 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht. Wiederum erfordern die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse mit 80 Prozent des Gesamtaufwandes die quantitativ meiste Arbeit. Nun wird das Pareto-Prinzip oft kritiklos für eine Vielzahl von Problemen eingesetzt, so auch und vor allem im Finanzbereich. Jedoch lässt sich nicht das statistische Phänomen von der Hand weisen, dass eine kleine Anzahl von hohen Werten einer Wertmenge mehr zu deren Gesamtwert beiträgt, als die hohe Anzahl der kleinen Werte dieser Menge. So orientiere zumindest ich mich an einer Verteilung von Gold und Silber im Portfolio mit 80 Prozent Gold und 20 Prozent Silber. Je nach den persönlichen Überzeugungen des Anlegers ist das jedoch auch umgekehrt durchaus legitim, also 20 Prozent Gold und 80 Prozent Silber. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Auf eure Meinung, auf eure Sicht der Dinge bin ich wirklich sehr gespannt. Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das ist kostenlos und mir hilft es enorm weiter, weiterzumachen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video jetzt einen Daumen nach oben und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, eine tolle Restwoche, bleibt gesund, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.